Hallo da draußen, meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu einer weiteren Folge BrickRicks mit meinem alten Bekannten, dem guten Bruzi, hallo. Hallo. Dem Gangster Boy. Okay, der Bruzi und ich haben uns heute gedacht, es wird eine LKW-Folge. Wir haben hier diese Paris-Dakar-Fahrzeuge mal geholt, gesponsert von Spam und wie war die andere Firma hier drüben? Bei Koi. Keks, Railkoil Logistiskoi und Custom Koi Cola. Sehr geil. Keks? Ja, Keks ist auch ganz wichtig. Jetzt steht da drauf. Keks, Koi, Koi. Keksonator. Wo steht das? Hier drüben? Sponsored by Crouchy. Keksonator, genau. Ja, schön. Und auf deinem steht aber nur Keks-Ausrufezeichen. Wir werden hier mal ein bisschen durch die Gegend fahren und später machen wir auch noch ein, wie soll ich sagen, ein Race mit LKWs, mit Hängern, also mit Anhängern. Wer jetzt also Bock hat auf LKW-Schubsen sozusagen, bleibt dran. Wir fahren hier mal links runter. Ja, fahren wir vor. Ja, ich bleibe schon auf der Straße. Fahrt du mal links nach mir vorbei. Ich versuch's. Aber meine, ich glaube, ist ja das schneller als meine. Nee, nee, dann holst du dich gleich auf den Top. Okay, auf geht's. Race hier runter. Du musst nicht runterfallen. Okay. Ich seh' dich jetzt schon runterfallen. Ja, genau. Oh nein, ich auch. Ich kippe. Oh, damn it. Hallo. Okay. Ich kippe mich wie so'ne Schildkröte und will nicht mal aufstehen können. Reset, Mann. Nochmal von vorne. Das müssen wir da irgendwie hinkriegen. Ja, das wird schon, ich halt war einfach zu Schnee. Oh leih, mein Haus ist direkt auseinandergefallen. Was ist passiert? Ich bin geschossen. Niemals. Clever. Hör auf, mich abzudrängen. Niemals. Alles im grünen Bereich. Alles wird mit Fehlmützen gekämpft hier. So sieht's aus, Alter. Fuck you, Alter. Ah! Ich hab meine Räder verloren. Hex. Komm, fahr du mal vorbei. Ich warte auf dich. Glaube ich. Alter. Verdient, Alter. Verdient. Auf Wiedersehen. Ich glaub, der hat den irgendwie in der Garage quer gebaut. Ja. Ich find meiner sieht's dann aus wie so'n, so'n, äh, Büffel auf, ähm, Steruriden, so. Weißt du, mit so'n kleinen Beinchen. Alec, krasser Drift. Respekt. Danke sehr. Aber auch nur, weil du mich gerammt hast. Ja, haben wir gut gemacht. Teamwork. Oh, 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 oh. Wie hau soll, äh, 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 äh. Tschüss. Na, ich fliege auch gleich wie sie es mir kommen. Oh, nein, doch nicht. Alter, ich geh zu krass runter. Also die Strecke nach meinem LKW einen Anhänger zu fahren wird auf jeden Fall sehr lustig. Ich bin weiter runter gefahren, ich bin fast an der... Oh nein, ich bin schließlich umgekippt. An der 180 Grad Kurve. Oh fucking shit, Alter. Okay, ich muss bremsen, ich muss bremsen, ich muss bremsen. Ich schlag mich gerade sehr gut. Alter, ich bin hier, ich fliege die ganze... Ich bin aber tot. Ich bin aber tot? Ich fahre den ganzen fucking Berg hier runter. Das ist ja richtig crazy, Mann. Ja, Mann. Okay, ich bin bei der 180 Grad Kurve. Und ich meister sie gerade megamäßig. Ich mach das voll gut. Cheater. Bitch. Aber es geht. Die Kurve war krass, die du gerade gefahren hast, hab ich beobachtet. Die Strecke ist sowas von pervers hier, oder? Ja, aber es ist voll geil. Ich bin noch nie hier runter gefahren. Ich auch nicht. Normalerweise nur runter geflogen. Ja. Bisschen, ich fahre jetzt mal ein bisschen Ego. Ja, man war ja auch. Ich muss nur, wenn du Ego fährst, die rechte Maus drücken, um frei zu haben. Ja, ja. Wünschen sich auch immer total viel über mir. Den, ähm, GTA Ego. Ja, ja, das ist so. Lolli, steht da immer mal die Hälfte des Canyon-Sachen auf der Straße? Was steht hier? Das ist so ein Stein. Ja, ja, sie ist ja hier. Gut gemacht. Fluppy. Bugfix. Aber aus der Ego fährt man irgendwie genauer, oder? Ja, vielleicht kommt es eine Woche nur so vor. Ich fahre wieder von der Außenansicht, das sieht cool aus. Dann sehe ich meine Cross'n'Rifts. Holy shit. Oh no. Oh fucking no. Bist du heute geflogen? Nein. Nein. Gleich sehe ich hier irgendwelche Teile so runter regnen. Ich bin der ganz normal, der ganz legit hergefahren. Ja, ja, mega legit, Alter. Lamm uns den Dicken jetzt. Oh fuck you, Alter. Ich glaube, du musst ja auch mal runter. Nein! Ja, doch, doch. Fuck you! Doch, verdient. Schön. Ich fahre mal weiter, okay? Fuck you, Alter. Es war so klar, dass es wieder eine Schuze rein hat. Nein, nein, nein. Du triffst mich nicht, du triffst mich. Adi, yes! Jetzt haben wir schon so krass in der letzten Folge Zombie-Modus geübt, ne? Und dann treffen wir uns nicht mal. Warte, ich wollte jemanden teilen mit dir. Ey! Das ist toll. Guck mal, aus dem Hinterhalt. Oh, leck. Aus dem Hinterhalt. Okay, dann spawnen wir jetzt mal an der Garage den Trucks, genau. Okay. Und zwar habe ich da einige vorbereitet. Ich würde sagen, wir nehmen denselben. Ich habe da was für dich. Oh! Guck mal. Das ist der Scania Truck, glaube ich. Guck mal, der ganze Diener. Ja. Ja. Dankeschön. Das klärt euch vor dir dran. Okay, ich habe einen Scania Truck und einen Truck. Also, wir nehmen wir beide denselben. Oh, ich bin ja ausgestiegen. Halt! Fabier! Hallo, stopp! Also, meiner steht bereit, ne? Okay, warte. Scheinwerfer. Scheinwerfer bitte anmachen. So ein bisschen Atmosphäre schaffen hier. Ja, man. Mit Q noch irgendwelche anderen Lichtern machen. Habe ich alle Lichter an, ja? Ja. Ja, was ist das? Du doch für Blinklichter. Das war das Crew. Ich habe aber geguckt. Alles klar. Warte mal, ich schaue mal kurz, was zeitmäßig am geilsten aussieht. Oh, so. Bisschen Dämmerung oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang, das ist super, ganz weh los. Uh, alter, krass. Die Sonne. Okay, wir bereit. Auf geht's, in drei. Gut. Zwei, eins, go. Und jeder versucht, auf seiner Spur zu bleiben, ne? Erstmal fair play. Oh, shit. Oh, shit. No, 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 no. Holy shit. Holy shit, alter. Holy shit. Alter Schwede. Ich wäre schon bei der ersten hier nach fünf Metern bei der Runter gefallen. Okay, das ist ein ganz anderes Fahrverhalten. Komplett anders, ey. Das ist wie auf Eis, oder? Ja, Mann. Du musst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du darfst doch nicht mal Gas geben, ne? Gibst du Gas? Du musst einfach nur Bremsen. Nee, ich muss einfach nur Bremsen. Ja, ich auch nicht mehr. Wie geil. Oh, shit. Oh, shit, ich habe dich intuschiert. Ich habe dich intuschiert. Ich glaube, wir sollten in der Kolonne fahren, als Nehmer dabei. Oh, shit, meine Bremse. No, 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 no. Warte, ich halte dich auf. Nein. Nein, ich hänge voll schief. Oh, Gott. Bruce, alter. Bruce, Bruce, Bruce. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Fahr weiter. Lass mich um. Ich will nicht umstehen. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Nicht auf der Straße. Guck mal, wie ich hier langfahre. Okay, ich kriege es hin. Ich kriege es hin. I'm the boss, alter. Nein. Benutzt bloß nicht die Heimbremse, alter. Ich hänge fest mit dem Anhänger. Scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich lasse mich einfach mal drücken. Warte, warte, warte. Ich glaube, du musst mir einen kleinen Shopster geben hier vorne. Fahr einfach jetzt so weiter. Geradeaus. Ja. Geradeaus. Ich gehe da geradeaus mit der Karre. Yes. 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 Warte. Ich bin noch mit Schwung. Und yes. I got it. Holy shit, Mann. Was für eine Action, ey. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Ich muss auch mal vorne fahren. Oh, ich will nicht abdrecken. Sorry, sorry, sorry. Ich komme wieder rüber. Nein, die sind schon wieder gehört. Die sind schon wieder. Oh, schon wieder. Nein, Alter. Nein, nein, nein. Nein. Ich war zu schnell. Oh, Alter. Ich habe dich nur noch davon abtaufen müssen. Das war stabil, Alter. Oh, krass, ey. Wo bist du denn? Auf der Straße und... Ich komme hinter dir. Ja. Geis. What the fuck geht ab bei dir? Nichts? Wieso? Bei mir bist du so krass am Mega-Rumbacken hinter mir. Der ganze LKW steht senkrecht, Alter. Fahr mal vorbei. Immer noch? Ja, volle Kalle, Mann. Von dir fährt dein Anhänger vor... ...der vorne. Nice. Sehr schön. Ja, das kann ja heiter werden, Leute. Also, das ist definitiv... ...alles ganz normale Brickricks hier. Ich sehe halt auch nicht, wo du fährst, so. Ah, jetzt bist du wieder normal. War leck. Hast du dich komplett umgedreht? Sag mal. Ich bin gefahren, Alter. Dann hat es mich voll geschleudert. Nein, nein, nein. Ja, jetzt genau. Immer Glückwunsch. Jetzt stehst du auch so da. Ja, krass, Alter. Du hast das Ding komplett umgedreht. Die Kraftmaschine, Alter. Hä, ich bin vorwärtsgefahren. Ich bin nicht rückwärtsgefahren. Ja, bei mir war das so rückwärtsgefahren. Auf jeden Fall. Ja, nee. Ich bin vorwärtsgefahren und dann... Wie geil erkennt ihr denn jetzt aus wie bei Nacht hier, oder? Ja, aber das ist voll krass. Also, die Grafik von dem Spiel hat er, wenn du überlegst, das ist ein Lego-Spiel, ist das voll krass. Ja, muss ich auch sagen. Das ist eine gute Mischung aus Unreal, Shader und Lego, ja. Nice. Oh, nein, nicht so nice. Oh, wieder sehr nice. Hey, hub mich. Ey, das ist so anstrengend, Leute. Ich kann euch das nur empfehlen. Macht das auch mal. Das ist voll lustig. Hashtag Canyon, Leute. Jetzt buchstabiert noch Bruce, wie man Canyon schreibt. T-A-N-Y-O-N. Ah! What? Ich bin angekippt! Ich bin angekippt! Ralf, nein! Ja, ich nehme ab. Ja, ich sehe dich. Ja, ich sehe dich. Welche Rolle fällt? Okay, jetzt wollte ich weniger. Da ist doch nicht, was bei dir schon wieder los ist. Aber wie sieht es aus wie so eine Raupe, die sich die ganze Zeit selbst umbringen möchte. Ich rutsche seitlich runter. Ey, das macht der Mega Laune. Das ist halt mir öfters. Ich liege aber leider hier auf der Seite. Also ich muss mich auf jeden Fall... Gleich, ich liege auf der Seite. Aber ich rutsche gerade runter auf die Straße in der Hoffnung, dass es mich wieder aufstellt. Aber die Karin ist voll stabil, ne? Wir haben noch... Also wenn ihr da draußen Bock habt, Leute, machen wir gerne nochmal so eine Folge. Hier den Canyon runter mit weiteren LKWs. Es gibt da noch... Auf der Seite. Es gibt da noch LKWs mit Ladung, die rausfallen kann. Und es gibt da noch Zugmaschinen mit verschiedenen Anhängern. Die habe ich euch schon mal vorgestellt. Wie bitte? Bin ich normal bei dir jetzt hinter dir? Ja, ja, du bist normal hinter mir. Gut. Du kommst da ein bisschen schnell zu der Kurve, Alter. Na gut, ich auch. Ah, hier ist wieder der berüchtigte Straßenstein. Ja, ja. Voll nice, Mann. Das macht voll Laune, das ist unglaublich. Einfach nur, hier ist es besser als der Oldstruck Simulator. Oh! Okay. Oh, du bist voll am abschwörsten bei mir. Ja. Also ich lege auf der Seite. Ja, schuld, bei mir ja weniger. Bei mir stehst du sinkt, ich stelle da. Jetzt bist du nicht. Ah, jetzt bist du hinter mir. Ja, ich habe mich hinter dich gebaut. Also das tun wir mal wieder vor. Ja, mit dem Sink hat das noch ein bisschen Probleme. Bei den ganzen Bricks. Meinst du, wir schaffen es ins Tal? Ja, ja. Nach 10.000 Mal sterben. Ich kippe. Nein, ich auch. Oh, ich lege schon wieder auf der Seite. Kann aber die Wahrheit sein. Ich habe es geschafft, nicht zu kippen. Hier liegen komische Teile. Ja, ich mache mal das bisschen deine, oder? Ach, das sind die Trucks von vorhin. Ah, okay. Ah, stimmt. Ja, ihr Dings. Mal hier, rest in peace. Ready? Also, das heißt, wir sind schon mal weitergekommen. Ja. Achso, auch wenn wir uns mehrmals resettet haben. Wenn du F10 drückst, geht übrigens diese Anzeige weg von deiner... Was? Die Geschwindigkeitsanzeige. Mit F10. Mit F10. Ja, ich verhalte wirklich. Ich bin einfach direkt im Alter gebrannt. Da gibt es einfach nur einen Stopp, Alter. Ach, schade. Ja, geil, Alter. Ja, das war gut, ja. Schauen kann. Wo hast du mein Buddy, Alter, vorne? Wer cheatet, Alter? Niemals. Wer nicht cheaten. Nichts cheaten. Tja, was machst du denn da? Goodbye. Tschüss. Oh, schön. Urlaub auf Hawaii. Tschüss. Okay, jetzt, ich hänge so leicht fest. Oh, 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 oh. Komm schon. Okay, das ist schlecht. Diese Strecke ist auch ewig lang. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das hier so eine mega Parcours-Strecke ist. Oh, Gott. Oh, hallo. Okay, ich war eigentlich hinter dir mit der Camp. Dann fahr' mal vor. Voll synchron, Alter. Ah, besten. Nur die besten fahren synchron. Ich glaube, der Weg geht um den kompletten Scheiß Canyon hier rum. Das kann sein, ja. Ich glaube, wir haben noch lange... Also, ich sehe da vorne eine Straße in Canyon. Könnte auch sein, dass wir da mal hinkommen und jetzt oder so. Ich glaube, da vorne haben wir es geschafft, ja. Oh, 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 oh. Krasse Kurve. Oh, no, fucking way. No, ich nein. Nein, nein. Oh, Gott, nein. Ey, wie... Ey, wie... Sacker, ich hab... Mein Truck ist leicht, äh... Äh, wurde zu einem Cabrio. Mann, ey. Das sind manchmal so Millimeter hier, echt. Okay, hier ist die innen an sich. Scheiße, weil du siehst nichts. Ja. Okay, aber jetzt sind wir unten, wir haben es geschafft. Das ist toll. Ja, was, ist das eigentlich Schnee hier oder einfach nur Weißer Sand? Ich glaube eher, dass es Stein sein soll. Oder Stein, ja. Oder, ja, aber kann auch... Keine Ahnung, Salz. Salz könnte sein. Geil. Halt, Stopp. Sofort raus. Sie sind im Überfall. Ich hätte gerne ihren Anhänger. Übernimm. Guck mal, wie der zurückballert, ey. Kein Respekt hier vor dem Gesetz. Oh. Bist du denn? Versuch der zu flehen mit meinem Schack. Ciao, bitches. Nein, hast du einfach meinen Trunk abkoppelt? Ja, Mann, ich hab einfach abgekoppelt. Ich krieg dich, du Arsch. No fucking way. Du musst erst von meinen abkoppeln, Mann. Star Wars Full. No. Das ist doch eigentlich, aber ich. What the fuck, Alter. Das ist mein Antiklaus-System, Mann. Mein Glückwunsch, Alter. Ja, ich hab die Handbremse gedrückt. Oh, hallo. Oh, Mann, ey. Oh, leu. Hier. Keine Chance, man hat's gepanzert. Wo bist du überhaupt? Ah, Mann, die Fallautomastik-Pistole ist voll ungenau. Ja, Mann, du liest recht, ich hab auch nicht. Oh, stopp. Okay, ich muss, ich muss, warte. So, ich brauche die normale Pistole. Jetzt hast du auch einen Rahmen über dem Kopf. Ja, jetzt hast du auch einen. Aber soweit ich im selben Team bin, warte. Ja. Ah, guck mal hier. Schießt ihr da voll rein. Wie immer, alles in der Wüste in dem Shootout endet, ey. Uh, er wird fliehen, er wird fliehen. War hinterher, keine Schuhe. Ich krieg dich, Mann. Ich komm jetzt mal weg, Alter. Dieser verdammte Anhänger. Ich habe dich. Ah. Ist dein Reifen im Arsch oder so? Keine Ahnung, jetzt ist er im Arsch. Ja, aber das ist helfreich, wenn du so nix mit Hilfe fährst. Ja, stimmt, jetzt bist du, jetzt auch schon. So wie auf der Mondlandschaft, ne? Ah, du bist doch, sind wir beide unbesiegbar oder was ist da los? Nein. Hä, aber warte mal, warum treffe ich dich nicht? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Liebe, liebe Zuschauer, das war eine sehr, sehr lustige Folge. Mir hat es wirklich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr auch, Bruce. Ja, sehr, sehr. Danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ansonsten schaut doch in der Videobeschreibung mal vorbei. Bruce ist unter dem Namen SunshineP zu finden auf Twitch und auf YouTube. Wir sind draußen, noch eine schöne Zeit und bis bald. Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss.